In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg. Man tut sich da einfach schönreden und das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Ich habe ja nie ein Mädchen vergewaltigt, ich habe auch nie ein Mädchen geschlagen. Ich habe es ja nur angefasst, ich habe es ja nur gestreichelt. Nur. Nein, das ist nicht nur. Das ist einfach schwerer sexueller Übergriff. Und dann ist es halt zu spät. Gibt es einen Grund, warum du sagst, dass du da mit Medien drüber sprechen möchtest? Also mein Wunsch ist schon, dass alle, die diese Neigung haben, wissen, dass es da Hilfe gibt. Und es wäre nur schade um jeden, der einfach, sagen wir mal, straffällig wird. Und nicht wusste, dass eigentlich Hilfe hier da wäre, die da so viel Gutes tut, sag ich mal. Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast. Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Ja, und vielleicht auch, weil es kein ganz leichtes Thema ist. In diesem Podcast reden wir nämlich über Pädophilie. Insgesamt sechs Folgen wird es geben. Das hier ist die erste. Heute, ja, es wird ein bisschen allgemeiner. Wir klären auf, was Pädophilie überhaupt ist. Und tauchen natürlich auch etwas in die Geschichte unseres Hauptprotagonisten ein. Wenn ihr wissen wollt, wie es dann in den anderen Folgen weitergeht, einfach dranbleiben. Zum Schluss dieser Folge gibt es dann noch einen kleinen Ausblick für euch. Wöchentlich, immer mittwochs, kommen dann ab sofort unsere neuen Folgen online. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast in eurem Podcatcher abonniert. Dann verpasst ihr da gar nichts mehr. Ja, und ja, es wäre natürlich toll, wenn ihr eine positive Rezession zu dem Podcast da lasst. Aber ich bin mal so fair und lasse euch erstmal die erste Folge anhören, damit ihr euch da ein Urteil fällen könnt. Wir kommen dann später nochmal darauf zurück. Wir, das sind heute Elisabeth Quentler-Adamo, psychologische Psychotherapeutin, Paar- und Sexualtherapeutin, forensische Sachverständige für Strafrecht von der Uniklinik Ulm, aktiv bei dem Projekt Kein Täter werden. Und ich, Nico Walz von Donau3FM, argwimertitel habe ich allerdings nicht. Hallo Elisabeth. Hallo. Freut mich, dass du heute da bist. Wir haben gerade schon gehört, im Vorspann, Michi, den Namen haben wir geändert, das ist ein Patient von dir oder war ein Patient. Ja, ganz genau. Ist eigentlich immer noch ein Patient, allerdings nicht mehr in der intensiven Therapiephase, sondern schon in der Nachsorgegruppe. Weißt du noch, wie das war, als ihr euch das erste Mal getroffen habt? Das ist tatsächlich schon einige Jahre her inzwischen. Und ich meine, er hat damals Kontakt mit uns aufgenommen über E-Mail zunächst und dann in der Folge angerufen, um einen ersten Termin zu vereinbaren. Ich hatte eben schon mitbekommen, durch Werbung glaube ich, da gibt es so ein Programm, kein Täter werden, habe dann gegoogelt und habe dann eben hier diese Adresse gefunden. Bin dann letztendlich eigentlich über Telefonate und Anrufe, habe ich mich dann getraut, in diese Gruppe zu gehen und war dann, oder bin jetzt seit über drei Jahren hier bei dieser, kein Täter werden dabei. Ich weiß noch, dass er, so wie eigentlich alle unsere Patienten beim ersten Termin immer ausgesprochen, aufgeregt ist und sehr unruhig und nervös und weil er ja nicht weiß, was auf ihn zukommt und das dann in dem ersten Gespräch sich sehr schnell gelegt hat und wir ein sehr gutes erstes Gespräch hatten. Das ist auch unser Thema heute, das erste Mal könnte man sagen. Also wie geht das los mit Pädophilie? Wie merkt denn ein Betroffener selbst, dass er eventuell pädophil ist? Ja und auch euer Projekt, kein Täter werden. Darüber wollen wir auch sprechen, wie man denn da eben den Kontakt aufnehmen kann, was eure Arbeit ist, wie die Therapie aussieht. Auch darüber werden wir in der zukünftigen Folge dann sprechen. Heute geht es erstmal so ein bisschen allgemein um das Thema Pädophilie. Ich glaube, das ist ja auch was, über das unglaublich viel, auch Meinung im Raum steht. Aber die wenigsten wissen wahrscheinlich wirklich, was das ist, oder? Naja, vielfach wird es auch falsch verwendet. Der Begriff an und für sich ist Pädophilie ein sehr umschriebener Begriff für eine sexuelle Ansprechbarkeit auf das kindliche Körperschema und schon auch nicht mehr viel mehr als das. Tatsächlich wird das aber häufig gebraucht, dieser Begriff. Beispielsweise, wenn irgendwo jemand auffliegt nach dem Konsum von Missbrauchsabbildungen im Internet. Beispielsweise wird ganz schnell von der Pädophile gesprochen. Dabei wissen wir das noch gar nicht. Du hast gerade nur zur Einordnung, du hast über Missbrauch gesprochen. Wenn du sowas meinst, im Volksmund nennen, dass die Leute Kinderpornografie, ihr sagt aber nicht Kinderpornografie dazu, weil das würde ja suggerieren, die Kinder hätten das freiwillig gemacht. Ganz genau, ganz genau. Wir versuchen, Missbrauchsabbildung ist auch kein so perfekter Begriff vielleicht dafür. Man könnte auch sexuelle Gewaltdarstellungen an Kindern dazu sagen. Das finde ich wieder sehr schwierig, weil sich dann auch viele wieder sehr gegen diesen Begriff wehren. Ich bleibe deshalb beim Begriff Missbrauchsabbildungen. Du hast gerade schon angeschnitten. Pädophilie ist eigentlich erstmal nicht mehr, als dass jemand auf Menschen, auf Kinder steht oder diese sexuell attraktiv findet, anziehend findet. Gibt es da noch eine genauere Eingrenzung? Also wird da ein Strich gezogen bei 18 Jahren? Und wer Menschen attraktiv findet, die unter 18 Jahren sind, ist pädophil oder nicht? Oder muss man über 40 sein? Wie funktioniert das? Es gibt gewisse Kriterien, die festgelegt sind in einem diagnostischen Manual. Diese Kriterien, die besagen beispielsweise, dass das länger als ein halbes Jahr bestehen muss. Diese Fantasien oder eben auch Verhaltensweisen in diese Richtung. Ich verwende diesen Begriff Pädophilie erstmal nur dafür, dass eben jemand, das kann eine Frau, das kann ein Mann sein, ein Erwachsener, auf Kinder mit einem Körperschema, wo noch keinerlei sekundäre Geschlechtsmerkmale ausgeprägt sind. Die schauen erstmal so aus, ein Kind. Also ohne Brust, ohne ausladendes Becken. Also wirklich ein kindlicher Körper. Wir versuchen das ohne Altersangaben zu machen, weil ja die biologische Entwicklung sehr unterschiedlich vorangeht. Und da kann es dann sehr schnell zu falschen Verwendungen von diesem Begriff führen. Was wir merken, ist, dass es den Unterschied gibt bei Pädophilie, dass es manche Menschen gibt, die sich tatsächlich in das Kind verlieben, also die einen Beziehungswunsch haben. Und unter Umständen bei anderen dieser Beziehungswunsch gar nicht im Vordergrund steht, sondern eher wirklich eine sexuelle Anziehung. Und das sind so zwei Gruppen von pädophilen Patienten, die ich auch in der Praxis immer wieder kennenlerne. Wann kommt denn, kommt das vielleicht bei manchen gar nicht, diese Selbsterkenntnis, hey, ich könnte pädophil sein, da stimmt was mit mir nicht. Du hast gerade gesagt, ihr sprecht erst davon, wenn das ein halbes Jahr diese Gedanken da sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei Menschen schon nach dem ersten Gedanken vielleicht Alarmglocken schrillen und die sich sagen, hey, so darf ich nicht denken, mit mir stimmt was nicht. Also wann kommt denn diese Erkenntnis normalerweise bei den Menschen? Naja, grundsätzlich ist das so wie bei uns allen. Also im Rahmen der geschlechtsreife Entwicklung, die wir ja alle früher oder später durchmachen, merken wir ja, auf was wir, auf was, auf wen, auf welches Körperschema wir sexuell erregbar reagieren. Ich habe eine Vorgeschichte, ich habe so als Teenager, ich glaube ich war 15, habe ich wirklich durch den Zufall die Schwester von einem Freund nackt gesehen durch ein Fenster. Einfach wirklich durch Zufall und das hat mich extrem geprägt. Also viele Jahre habe ich dieses Bild in meinem Kopf gehabt, natürlich auch selbst befriedigt und dadurch, sagen wir mal, wirklich vertieft. Dadurch vermute ich mal, dass diese Neigung vielleicht eventuell damit erklärbar sein könnte. Bei pädophilen Menschen ist diese geschlechtsreife Entwicklung ganz genauso, die verläuft genauso. Irgendwann ist es aber so, dass die pädophilen Menschen immer älter werden und merken, dass die sexuelle Anziehungskraft bei den Kindern bleibt. Und dann irgendwann kommen die ersten Fragezeichen, wo dann eben diese Menschen sich selbst erst mal die Frage stellen, bin ich pädophil, könnte das sein? Und dann entweder zu uns kommen, wenn sie einen Leidensdruck haben oder auch nicht, wenn sie sagen, ich komme eigentlich trotzdem ganz gut damit klar. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, weil ich meine, das ist jetzt ein platter Spruch, aber Selbsterkenntnis ist ja auch immer so der erste Weg zur Besserung, sagt man. Und man muss sich ja schon selbst eingestehen, ich fühle etwas, das ist gesellschaftlich in keinster Weise akzeptabel und ich muss mir eventuell Hilfe holen. Hilfe bedeutet in dem Fall aber ja, man muss darüber sprechen. Und das ist ja eigentlich kein Thema, über das man sprechen möchte. Ja, genau. Deshalb dauert es auch meistens noch ein paar Jahre, würde ich jetzt vorsichtig mal sagen, bis dann diese Menschen unter Umständen sich tatsächlich trauen, bei uns anzurufen und das erste Gespräch mal mit uns zu suchen. Bei manchen, die diesen Mut nicht haben, kann es auch passieren, das haben wir auch manchmal bei Patienten, dass dann diese Menschen zum Beispiel im Internet tatsächlich auch Bilder anschauen von Kindern und dann zum Beispiel auch von einer Partnerin oder einem Partner dabei mehr oder weniger erwischt werden und dadurch dann erst ein Leidensdruck entsteht und die dann den Mut aufbringen, zu uns zu kommen. Ihr, das ist euer Projekt, Kein Täter werden, gibt es in einigen Städten Deutschlands. Da können sich Menschen hinwenden, die eben Angst haben, dass sie eventuell pädophil sein könnten. Wichtig ist aber zum Beispiel, sie dürfen auch nicht vorbestraft sein, was das Ganze angeht, oder? Naja, das ist nicht ganz richtig. Also tatsächlich, wir haben zwölf Standorte inzwischen in ganz Deutschland verteilt und rein theoretisch dürfen diese Patienten durchaus vorbestraft sein. Es gilt nur, dass sie aktuell zu dem Zeitpunkt, wo sie sich bei uns melden, nicht im sogenannten Hellfeld sind. Das heißt, gerade momentan darf kein Ermittlungsverfahren laufen, sie dürfen keinerlei Bewährungsauflagen haben, sondern sie müssen dem sogenannten Dunkelfeld zugeordnet sein. Das heißt sozusagen eben unter dem Radar von irgendwelchen Ermittlungsbehörden sein und in dem Moment dürfen sie sich bei uns melden an einem unserer Standorte und bekommen dann erst mal ein Erstgespräch angeboten. Es ist völlig anonym, was ihr macht und es kostet auch kein Geld. Ganz genau. Also für die Patienten ist es anonym, die können sich dann irgendwelche Namen geben, die können mit dem Klarnamen kommen, die können sich Lucky Luke, Mickey Mouse oder Donald Duck nennen oder auch Fritz oder Susi oder wie auch immer. Das ist für uns erst mal nicht vorrangig und die haben den Anspruch, während der gesamten Therapie tatsächlich anonym zu bleiben. Viele heben die Anonymität im Laufe des Kontakts auf, weil sie merken, da entsteht eine Beziehung, da entsteht Vertrauen und wir haben eine sehr klar geregelte Schweigepflicht, die diese Menschen auch schützt. Und insofern ist das ein sehr einladendes Angebot und eben auch, so wie du gerade richtig gesagt hast, kostenfrei. Und kommt das dann oft vor, dass Leute mit Fantasienamen kommen von Anfang an oder ist es eher so, dass sie mit Klarnamen zu euch kommen? Da würde ich sagen, das hält sich, glaube ich, so ziemlich die Waage. Also bei manchen, denen ist das einfach egal. Die sagen, es ist mir wurscht, ich brauche Hilfe. Und andere sagen, naja, ich bin schon ein bisschen unsicher. Die machen dann irgendwelche Fake-E-Mail-Adressen, von denen sie uns dann schreiben und müssen ja auch im ersten Termin, ich brauche ja keine Namen, um den kennenzulernen. Also mir hilft es nur, vielleicht dann später in einer therapeutischen Beziehung, wenn ich weiß, wie ich ihn oder sie ansprechen kann. Aber ich brauche zunächst gar keinen Namen. Sie müssen auch nicht die Krankenkassekarte mitbringen und dann irgendeine Versichertenkarte einlesen lassen. Das braucht es bei uns alles nicht. Wir merken uns diese Menschen vor, indem wir ihnen einfach ganz beliebige Zahlen geben, mit denen wir dann sozusagen auch, zumindest im Nachhinein, die Befunde und so weiter mit dieser Nummer versehen, dass die eben zuordnenbar sind. Wie ist das denn für dich? Ich meine, du arbeitest tagtäglich mit pädophilen Menschen zusammen. Und ja, also ich persönlich kann mir da vorstellen, dass man da auch öfters mal Geschichten und vielleicht auch Fantasien hört, die man eigentlich so gar nicht privat hören möchte. Nimmst du das mit nach Hause? Beschäftigt dich das? Oder ist das dann nach einfach ein paar Jahren Berufserfahrung halt Daily Business? Naja, ganz so ist es nicht. Also Daily Business ist es tatsächlich sehr schnell geworden. Also ich habe, als ich damals angefangen habe mit dieser Tätigkeit, das ist schon viele Jahre her, damals war mir schon klar, als ich so die ersten Kontakte hatte, das war damals im Gefängnis mit Sexualstraftätern, da war mir das schon noch irgendwie als Kindergärtnerin auch sehr schwierig, diese Geschichten zu hören und habe da schon gemerkt, dass mich das belastet. und ich habe dann irgendwann zu mir selber gesagt, mir geht es damit nicht gut, entweder mir gelingt das, dass ich das sozusagen beruflich, professionell sehen kann und dann abschalte, wenn ich nach Hause gehe oder es klappt eben nicht, dann muss ich mir einen anderen Beruf suchen. Und das war, ich kann gar nicht genau sagen warum, es hat dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen gut geklappt. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht doch immer wieder Situationen gibt, wo mich Geschichten anrühren oder wo ich eben auch manchmal Fantasien mit nach Hause nehme, die mich jetzt vielleicht nochmal nachträglich irgendwie beschäftigen. Manchmal gibt es natürlich auch Konfliktsituationen in der Therapie, in der therapeutischen Beziehung zu den Patienten und die überlege ich dann auch das eine oder andere Mal nachher noch. Wir sprechen ja in einer späteren Folge auch noch dezidiert über die Therapie, die ihr mit den Pädophilen durchgeht. Aber wie ist das für euch denn eigentlich so im Privatleben? Also haben alle Verwandten, Freunde und Bekannten Verständnis für das, was ihr da tut? Weil ich habe mit ein paar Leuten jetzt gesprochen tatsächlich, bevor wir den Podcast gemacht haben und man bereitet sich ja vor und erstaunlicherweise hört man oft, wieso gebt ihr den Menschen eine Plattform? Also war jetzt was ich gehört hatte. Wieso gebt ihr diesen Menschen eine Plattform? Ich kann aber auch verstehen, dass natürlich die Leute sagen, das ist ja absolut, das ist mit jungen Mädchen, das sind Kinder, die werden missbraucht, ich kann es verstehen, dass da ein Hass aufkommt, das ist so hochemotional. Ich kann es verstehen, dass Leute so reagieren. Wie ist das für dich? Hast du da auch irgendwie, wirst du auch angesprochen, wieso arbeitest du denn mit denen zusammen? Ja, tatsächlich war das am Anfang meines Berufslebens in dieser Sparte war das tatsächlich mitunter so. Ich habe dann irgendwann aufgehört, meinen Beruf zu nennen und mittlerweile ist es aber so, ich mache ja auch sehr viele Vorträge. Seminare und bin, also werde auch oft eingeladen, über dieses Thema zu sprechen. In dem Moment, wo sich Menschen mit dieser Thematik intensiver beginnen zu bearbeiten und tatsächlich den Menschen hinter dieser Pädophilie zu sehen, entwickeln die meisten ein Verständnis und tatsächlich auch mitunter ein Interesse. Und ganz viele, die mich jetzt, weil du von meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis sprichst, ich habe natürlich auch Kinder im Familienkreis und so, da sind ganz viele, stehen da zu 200 Prozent hinter mir und sagen, sie finden das super, dass es dieses Angebot gibt und dass ich mich dieser Menschen annehme, weil ich ja auf diese Art Opferschutz betreibe. Also Täterarbeit ist Opferschutz. Und in dem Moment, wo sich Menschen darauf einlassen und da zuhören und dann Interesse entwickeln können, ist dann auch diese Stigmatisierung und sind diese Vorurteile irgendwie ganz plötzlich wie weg. Haben wir dann ein Aufklärungsproblem vielleicht in Deutschland? Also ist das Thema Pädophilie irgendwie ein Tabuthema? Wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut, klar, man kann die Zahlen jetzt nicht zu 100 Prozent nachweisen, aber ihr geht davon aus, dass ein Prozent der Männer in Deutschland pädophile Neigungen hat. Das sind knapp 400.000 Menschen. Also das ist keine kleine Zahl. Und dafür finde ich dann, ist dieses Thema nicht präsent genug in der Öffentlichkeit. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also wir haben sicherlich ein Problem, darüber aufzuklären, weil das einfach eine tatsächlich eine relativ kleine Gruppe ist, die aber, wenn sie Übergriffe begehen, und da haben wir ja noch nicht darüber gesprochen, dass da tatsächlich auch ein geringer Teil der pädophilen Menschen wirklich zum Täter wird. Da können wir vielleicht dann später nochmal drauf eingehen. Aber wenn wir von Täterschaft hören, wenn wir derartige Berichte lesen, hören, auch von den Medien transportiert bekommen, dann entsteht ein Bild in uns, dass ich zugegebenermaßen am Anfang meiner Berufstätigkeit das eine oder andere Mal im Gefängnis auch von, ja damals waren es Inhaftierten, bekommen habe, wenn ich nur die Geschichten gehört habe. Wenn ich mich aber damit auseinandersetze, und das ist eben das Thema Aufklärung, dann habe ich eine Chance tatsächlich zu verstehen, was ist denn eigentlich Pädophilie, wie ist denn das überhaupt in Verbindung mit tatsächlichem Kindesmissbrauch und was können wir auch tun, um Kinder zu schützen. Und, und das hänge ich jetzt auch noch dran, weil ich ja mit Menschen arbeite, die betroffen sind, um auch diese Menschen davor zu bewahren, Übergriffe zu begehen, denn auch danach haben die natürlich kein schönes Leben. Also, ja, also die ganze Haftstrafe, der ganze Prozessverlauf und so weiter, das ist für einen Menschen ein ganz, ganz großes Drama. Und auch daher möchte ich gerne meinen Patienten dabei helfen, dass sie keine Übergriffe begehen. Ich habe ja auch auf meinem Zettel stehen tatsächlich, das Leben mit Pädophilie, weil es gibt davon ja keine Heilung, es ist keine Krankheit so per se gesehen, es ist eine sexuelle Neigung, davon kann man jetzt schwer geheilt werden. Und selbst wenn die Leute dann austherapiert sind, also fertig bei euch sind, müssen sie ja trotzdem weiter damit leben und gegebenenfalls jedes Mal, wenn sie an einem Kinderspielplatz vorbeilaufen, irgendwie, weiß nicht, zehn Meter Abstand halten, weil sie das so für sich beschlossen haben oder, also man kommt ja immer wieder mit Kindern in Kontakt und ich stelle mir vor, wie du gerade gesagt hast, dieses Leben dann damit, das muss unglaublich schwer sein. Ja, also das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, wenngleich wir ja mehrere Typen unterscheiden von Pädophilie. Also es ist nicht so, dass ein pädophiler Mensch ausschließlich auf Kinder sexuell ansprechbar reagiert. Da haben wir eine ganz kleine Gruppe unter den Pädophilen, die diese sogenannte Kernpädophilie haben. Das ist eben tatsächlich eine ausschließliche sexuelle Erregbarkeit auf das Kind. Das heißt, es gibt keinerlei Möglichkeit, Sexualität erfüllend mit Erwachsenen zu leben. Das heißt, das sind auch Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben auf eine erfüllende Beziehung verzichten müssen, weil es nicht anders geht. Das sind schon, das ist nochmal eine ganz, ganz große Aufgabe. Dann haben wir den größeren Teil der pädophilen Menschen, die sind nicht ausschließlich, wie wir das nennen. Und das bedeutet so viel wie eine sexuelle Erregbarkeit zwar auf Kinder, aber parallel auch möglicherweise auf Jugendliche und auf Erwachsene. Das heißt, Mischformen. Und damit lässt es sich etwas leichter leben, wenn wir eben in der Therapie darauf schauen, dass diese Patienten den Umgang mit ihrer eigenen sexuellen Präferenz gut lernen und dann auch zunehmend Abstand davon gewinnen und dann auch eventuell wissen, wo sind potenzielle Gefahrensituationen, so wie du gesagt hast, am Spielplatz vorbeizugehen. Das können die dann sehr gut vorbereitet machen mit einer anderen Haltung und dann sozusagen, wir nennen das immer den Impuls, nicht in das System so reinlassen. Also sich sozusagen vorher schon davor schützen, dass sie zu sehr darauf sexuell anspringen. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, es gibt dann eben noch die Leute, die auch zum Täter werden. Gibt es da Zahlen oder Prozentsätze? Wie viel werden denn dann am Ende wirklich zum Täter? Weil es ist natürlich immer, klar, ich lese erst in den Medien davon, wenn jemand zum Täter würde, nicht davor. Genau, ja. Und dann kommt es einem natürlich viel vor, aber ist es wirklich so viel? Das ist die Frage. Also ich kann dir jetzt gar keine ganz aktuellen Zahlen nennen. Ich weiß von früheren Studien, dass ungefähr ein Drittel der wegen Sexualstraftaten verurteilten Menschen in Haft eine tatsächlich pädophile Ausrichtung haben. Wir wissen nicht, ob es ausschließlich oder eben nicht ausschließlich ist, aber es ist ungefähr ein Drittel der verurteilten Sexualstraftäter mit einer tatsächlichen sexuellen Präferenz in diese Richtung. Zwei Drittel, und das ist ja eben dementsprechend der größere Anteil, sind nicht pädophile Täter. Die haben eine, wir würden jetzt vielleicht so landläufig sagen, eine normale sexuelle Ausrichtung auf Erwachsene und begehen trotzdem im Laufe des Lebens eine oder auch mehrere sexuelle, also Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie es im Juristendeutsch heißt. Aber genau damit das nicht passiert, gibt es das Projekt Kein Täter werden. Der Name sagt es ja auch schon. Möglichst miteinander arbeiten, bevor jemand zum Täter wird. Wie läuft denn der Erstkontakt ab? Also die Leute recherchieren euch über das Internet, rufen dann euch an, schreiben eine E-Mail. Wie geht es dann weiter? Genau, sie bekommen dann einen ersten Termin zu einer Abklärung. Wir machen dann eine sogenannte Exploration, wie wir das nennen, und daran anschließend eine diagnostische Untersuchung mit Fragebögen. Und dann in diesem Interview versuchen wir sozusagen diese Diagnose zu bestätigen, denn die ist ja letztendlich die Grundlage einer weiteren Therapie bei uns im Projekt Kein Täter werden. Und wenn wir dann diese Diagnose abgeklärt und auch gesichert haben, das kann übrigens auch eine Hebefilie sein, also eine sexuelle Ausrichtung auf das jugendliche Körperschema. Auch diese Menschen dürfen zu uns kommen, wenn sie sich therapeutische Unterstützung wünschen. Und dann wird eben am Ende von diesem Erstkontakt diesen Patienten ein Angebot gemacht, ein Therapieangebot für zunächst mal vielleicht ein paar Einzelgespräche und dann arbeiten wir in gruppentherapeutischem Setting. Jede Woche bin ich hier nach Ulm gefahren, in die Therapie, damit das nicht mehr passiert. Das war auch, das war für mich nie ein Thema. Das war nicht immer einfach, das waren harte Stunden. Da wird man auch mal wirklich, ja auch hart angegangen. Aber es war für mich nie ein Zweifel, da jetzt nicht mehr hinzugehen. Und da haben sie dann die Möglichkeit, wöchentlich zur Gruppentherapie zu kommen und wirklich sehr intensiv an der sexuellen Präferenz, aber auch an sich zu arbeiten. Kommen die dann regelmäßig oder gibt es Leute, die zu euch den ersten Termin wahrnehmen und danach nie wieder gesehen werden? Beides. Also wir haben tatsächlich auch sehr viele, die ausschließlich den ersten Kontakt bei uns wahrnehmen, weil wir auch, also Standort Ulm, wir haben ja eine relativ, wie soll ich das sagen, wir haben relativ wenig Großstädte rundherum. Das heißt, unser Einzugsgebiet ist enorm. Es kommen Menschen aus der Schweiz zu uns, es kommen Menschen vom Bodensee, aus Freiburg, aus diesen ganzen Richtungen, bis vor kurzem auch noch von hinter München, Regensburg und so weiter. Das heißt, diese Patienten kann ich ja gar nicht wöchentlich bei uns einladen zur Therapie. Und wir versuchen dann diesen Patienten, wenn die denn Unterstützung und Hilfe brauchen und wollen, eben auch wohnortnah, da und dort was zu vermitteln. Wichtig ist eben nochmal, ihr habt zwölf Standorte, gibt es auch beide auf der Website kein-täter-werden.de, eine schöne Karte, wo alle Standorte aufgezeichnet sind, da kann man auch schauen. Also das ist jetzt nicht so, ich meine, im Podcast werden sicher auch Menschen außerhalb Ulms hören. Es muss nicht jeder nach Ulm kommen. Ganz wichtig, glaube ich. Ja, ganz richtig, genau. Wir sind gut verteilt in ganz Deutschland. Das Projekt ist ja ursprünglich, glaube ich, in Berlin gegründet worden, in der Charité. Wie kam es denn dazu? Also damals war es so, das war 2004, da haben also drei Kollegen, die dort an der Charité gearbeitet haben, sich sehr intensiv, auch davor war schon lange und viel Forschung an Sexualstraftätern an und mit Sexualstraftätern, die inhaftiert sind. Das Ganze kommt aus Kanada, also Amerika und so weiter. International wurde das beforscht. Diese drei Kollegen haben dann irgendwann sich überlegt, das kann doch nicht sein, dass diese Menschen, die eben potenziell ja tatsächlich ein erhöhtes Risiko haben, möglicherweise Übergriffe zu begehen, erst dann Unterstützung bekommen, wenn es schon zu spät ist. Und dann entstand, ich würde jetzt mal so ganz, ich meine das jetzt gar nicht negativ, so eine Art Schnapsidee. Und dann haben die sich da sowas überlegt und haben dann eben so ein Design geschrieben und haben das bei einem internationalen Kongress eingereicht und haben dann für diese Idee einen Preis bekommen. Und dann sozusagen ist das ins Laufen gekommen und dann wurde es als Pilotprojekt in Berlin eingerichtet und ist dann so gut angenommen worden, dass dann der Chef von der Charité sich da enorm engagiert hat in den letzten Jahren. Und wir eben heute zwölf Standorte haben in ganz Deutschland und von ursprünglich sozusagen Spendengeldern oder auch Finanzierung durch mehrere Ministerien, je nach Bundesland, sind wir heute dabei, dass wir sogar von den Krankenkassen, also durch den Spitzenverband der Krankenkassen, seit 01.01.2018 finanziert werden, in der Hoffnung, dass dieses Projekt in die Regelversorgung der Krankenkassen irgendwann übergeht. Es ist ja inzwischen auch soweit, dass sich zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen von euch, die jetzt als normale Psychotherapeuten arbeiten, dann an euch wenden, wenn sie so einen Fall haben zum Beispiel, oder? Ja, genau. Also wir werden nicht nur von Betroffenen angerufen, sondern es rufen natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, es rufen diverse Kliniken, Ärzte von Kliniken, von Psychiatrien an und fragen eben für ihre Patienten nach. Oder, das bieten wir auch an, dass wir dann sozusagen auch in so einer Art Supervision auch gerne unterstützen im Laufe einer therapeutischen Behandlung. Denn, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Patienten kommen zum Teil von sehr weit her. Und wenn sie dann zu niedergelassenen Psychotherapeuten gehen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit der pädophilen oder hebefilen Störung, dann können sich die auch bei uns melden und wir unterstützen sie dann im therapeutischen Arbeiten mit den jeweiligen Patienten. Wie lange geht denn so eine Therapie? Das ist sehr unterschiedlich. Also wir arbeiten in etwa eineinhalb Jahre, würde ich sagen, ist die Intensivtherapie. Die umfasst aber nicht nur den Fokus auf Sexualpräferenzstörungen, sondern wir behandeln sozusagen den gesamten Menschen. Wir schauen uns an, welche Gefühle hat er oder sie, welche Gefühle machen ihn oder sie offen, eben solche sexuellen Impulse, darauf sehr heftig zu reagieren. Wir schauen uns die Lebenssituation des Patienten an. Wir wollen ja gerne auch erreichen, neben der Prävention von sexuellen Übergriffen, dass auch der Patient eine Lebenszufriedenheit hat, die ihn gut leben lässt. Wir wissen nicht, und das ist immer so etwas, wo ich denke, das wäre mal ganz spannend, das irgendwie zu beforschen. Wir wissen nicht, wie viele pädophile Menschen sich irgendwann im Laufe des Lebens tatsächlich das Leben nehmen. Die wählen den Freitod, um nicht zum sogenannten Monster zu werden, wie sie es auch selber so oft sagen. Und das sind halt Menschen, die wir ernst nehmen sollten. Und deshalb bin ich auch der Meinung, nicht nur Opferschutz, sondern wir wollen eben auch die Menschen lebenszufrieden kriegen, damit die auch eine Motivation haben, zu sagen, klasse, mein Leben ist toll und ich will das durch nichts gefährden. Wie verlief denn die Therapie von Michi? Also wenn wir das jetzt so anschauen, wie lange habt ihr zusammengearbeitet? Gab es auch mal schwere Phasen oder war das alles reibungslos bei ihm? Bei uns ist Therapie nie reibungslos. Also das war tatsächlich, ich meine, Michi war glaube ich nicht ganz, zwei Jahre sogar. Also da war, meine ich, sogar ein bisschen länger als die eineinhalb Jahre. Und es waren tatsächlich mehrere krisenhafte Ereignisse so im Laufe der Zeit. Immer wieder auch Krisen, weil durch Krisen entsteht wieder was Neues. Es ging zwar jetzt nicht direkt primär um die Neigung, es waren eher, sagen wir mal, Probleme beruflich oder auch im Bekanntenkreis. Aber das sind genau die Sachen, wo einen runterziehen und man irgendwo dann wieder sein Glück in Anführungsstrichen wieder in seiner Neigung sucht. Das ist also die Zusammenhänge halt. Da geht es viel auch um Wut und Frustration, die man da einfach so über die Jahre auch schluckt und auch akzeptiert. Und diese eben dann in der Form dieser Neigung wieder entladen können. Diese Zusammenhänge versteht man nicht als allein, als Mensch mit sich alleiniger. Nein, das geht nicht. Und wir haben die Möglichkeit, uns in Krisen genau mit dem zu befassen, was wir ja in der Therapie gut sozusagen adressieren wollen, nämlich den Umgang mit Konflikten, den Umgang mit Krisen. Und da gab es natürlich bei Michi genauso wie bei allen anderen immer wieder Konflikte und Krisen, die er dann immer wieder bewältigt, besprochen hat, auch ausgehalten hat, auch mit uns sich immer wieder gerieben hat. Also es war eine ganz spannende, schöne Therapie. Und insbesondere, wenn wir dann so beobachten, und das erlebt ja, erlebt Michi und das erleben andere Patienten auch, mit einer großen Freude, wenn sich diese Krisen gut bewältigen lassen und dann was Neues entsteht. Gibt es, wenn es solche Krisen bei fast allen oder bei vielen Patienten gibt, auch die Momente, dass du abends auf dem Handy angerufen wirst und jemand dran ist und sagt, Elisabeth, ich bin jetzt in einer sehr schlimmen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, also meine Patienten sagen nicht Elisabeth zu mir, aber ja, genau. Also ich habe natürlich eine Notfalltelefonnummer, wo mich meine Patienten auch anrufen dürfen. Das kam bisher tatsächlich noch Gott sei Dank sehr selten vor. Oft reicht es dann, wenn sie mir eine E-Mail schreiben. Da ist dann wichtig, sozusagen das krisenhafte Geschehen auf Papier unter Anführungsstrichen zu bringen, wegzuschreiben. Und dann können wir wieder ins Gespräch kommen. Das ist auch etwas, was wir auch in der Therapie versuchen, mit diesen Patienten relativ schnell zu erarbeiten, auch auszuhalten, dass wir manchmal nicht friedlich auseinander gehen, sondern dass es manchmal vielleicht auch schwierig ist, dass es manchmal irgendwie ärgerlich ist oder wir traurig auseinander gehen. Und beim nächsten Mal klären wir das dann. Das ist natürlich uns ganz wichtig, dass diese Dinge auch geklärt werden. Aber es gibt diese Notfallnummern und es gibt diese Notfall-E-Mail-Adresse, wo sich dann tatsächlich auch der eine oder andere schon gemeldet hat. Und genau mit dieser Therapie beschäftigen wir uns in der nächsten Folge des Podcasts noch mal ein bisschen genauer, wo wir dann auch eben reden, wie ihr genau arbeitet, wie man pädophilen Menschen helfen kann. Gibt es vielleicht ganz schnelle akute Hilfe? Gibt es Medikamente? Auch da habe ich was gelesen. Und wie das funktioniert, sprechen wir das nächste Mal darüber. Ich bedanke mich erstmal heute für die erste Folge. Es ist ein unglaublich spannendes, vielfältiges Thema, über das ich nie so viel auf dem Schirm hatte wie jetzt. Also klar, ich bereite mich vor auf unseren Termin hier und dann liest man Dinge und denkt sich, wow, das wusste ich einfach so nicht. Und habe selbst auch für mich gemerkt, ich habe da auch mit Vorurteilen gelebt, von denen ich, also ich wäre niemals davon ausgegangen, dass das ein Vorurteil ist. Für mich war das einfach, klar, das ist so, stigmatisiert, fertig. Das ist so die erste Erkenntnis, die ich hatte in der Vorbereitung. Und ich hoffe tatsächlich, dass das was ist. Eine Erkenntnis, die auch einige unserer Hörer vielleicht haben, wenn sie jetzt die Folge hier heute gehört haben. Kein Täter werden, ein Leben mit Pädophilie. Unsere erste Podcast-Folge in den nächsten Wochen kommt dann natürlich noch mehr. Wir reden, wie gerade gesagt, nächste Woche über die Therapie an sich. Wir reden aber auch darüber, wie Angehörige mit dem Thema umgehen. Wir reden über Mythen, die mit Pädophilie zusammenhängen. Aber natürlich reden wir auch mit und über Pädophile selbst, wie die damit leben, wie sie damit umgegangen sind und umgehen. Und natürlich, ganz wichtig, erzählen wir die Geschichte von Michi weiter. Dazu wird es dann ganz zum Schluss auch nochmal eine besondere Podcast-Folge geben. Vielen Dank fürs Zuhören und solltet ihr mehr Infos über das Thema haben wollen, fühlt ihr euch vielleicht sogar selbst betroffen, dann schaut dringend auf der Website keine-täter-werden.de vorbei. Da bekommt ihr Hilfe und natürlich auch weitere Infos über persönliche Ansprechpartner. Den Link habe ich euch in den Shownotes hinterlegt. Und ich habe es euch zu Beginn ja schon mal angedroht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne eine kürze Rezession und gebt uns ein paar Sterne. Das geht ja zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns richtig, um diesen Podcast bekannter zu machen. Das ist Elisabeth und mir wirklich ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen sich etwas mehr mit diesem Thema hier auseinandersetzen können. Also leitet es gerne auch weiter an Freunde, bekannte Familie, an Menschen, von denen ihr denkt, dass es sie interessiert. Wir freuen uns aber natürlich auch über konstruktive Kritik und Vorschläge. Wenn ihr da was habt, dann könnt ihr uns das gerne auch per Mail schicken. Ansonsten einfach Podcast abonnieren. Und jetzt zum Schluss ein ganz, ganz großes Danke, dass ihr so lange bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.